Der Rio Tinto ist im Bergbau tätig und einer der beliebtesten Dividendenzahler aus der Branche der Rohstoffe. Und das verwundert nicht, denn rund 70% des Umsatzes erzielt das Unternehmen mit der Förderung von Eisenerz, Kupfer, Aluminium, Diamanten, Gold und Industriemetalle. Teilweise werden diese auch noch verarbeitet. Und damit, Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute, wir haben Rio Tinto mit im Boot. Ja, wir hatten schon erwähnt, ein echt spannender Dividendenzahler. Es gibt auch eine sehr üppige Dividendenrendite. Und wir schauen uns heute mal das Unternehmen an. Auch hier wieder, ist die Aktie ein Kauf oder kein Kauf? Wie hat sie sich bei uns im Depot entwickelt? Und wenn du weitere Videos nicht verpassen willst, ja, dann sei so gut. Abonniert den Kanal, wenn du es immer noch nicht gemacht hast. Schau dir gerne die anderen Videos an. Und wenn du Mitglied bei uns werden willst, werden wir dich sehr herzlich begrüßen. Also, Rio Tinto, eine Aktie aus Großbritannien. Mitarbeiterzahl bei ungefähr 54.000 Mitarbeitern, wenn wir es richtig gesehen haben. Die Marktkapitalisierung beträgt hier ungefähr 110 Milliarden Dollar, beziehungsweise knapp über 100 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite, die wir eingangs erwähnt hatten, liegt hier bei ungefähr 5,8%. Je nachdem, wann ihr schaut, auch fast 6%. Und ja, der Beta-Faktor von 1,17 ist hier auch nochmal etwas erwähnenswerter. Wir haben hier schon eine Aktie, die natürlich auch dem zügigen Konsum unterliegt, die etwas schwankungsanfälliger ist. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Daten hier oben an, den Einjahreschart. Und in einem Jahreschart sehen wir schon, naja, außer die Dividenden ist nicht viel passiert. Wir haben sage und schreibe 1% Gewinn gemacht. Auf 5 Jahre waren es dann immerhin schon 42%, was ja in Ordnung ist. So ungefähr die Markkrendite, allzeit sieht das Ganze zurück bis 91%, ja, ähnlich mittelmäßig gut aus. Ist in Ordnung. Natürlich darf man hier die Dividendenzahlungen nicht vergessen. Rio Tinto selbst bestammt aus einem Zusammenschluss von zwei Unternehmen und deswegen gibt es auch die doppelte Börsennotierung. Es gibt einmal die Aktie in Großbritannien gelistet und einmal in Australien. Wir würden euch prinzipiell immer die Aktie in Großbritannien empfehlen, denn hier fallen keine Quellensteuern an. Wir hatten das unter dem Video von Bittichberg und Tobacco auch schon thematisiert. Quellensteuern ist in Klammern zu setzen, wenn du jetzt aber in einem Land sitzt oder in einer Stadt wie Dubai als Beispiel. Da sitzen ja doch der ein oder andere bekannte YouTuber, Finanzinfluencer und Co. Dann macht es natürlich Sinn, weil hier zahlst du wirklich keinerlei Steuern und dementsprechend auch die Quellensteuer. Ein geschenktes Thema, wenn du sie hier nicht zahlen musst. Also dementsprechend beide Aktien besitzen prinzipiell dieselben wirtschaftlichen Rechte und ja auch die Stimmrechte. Es gibt für beide auch ADRs, aber uns persönlich ist einfach die Notierung in Großbritannien etwas lieber. Prinzipiell die Dividendenzahlungen werfen wir vielleicht erstmal so einen Blick auf die ganzen Finanzdaten, bevor wir nämlich dann dazu kommen, wie die Analysten die Aktie einschätzen und die sind doch sehr, sehr positiv gestimmt. Und das Ganze deckt sich eigentlich auch mit unserer Meinung. Ja, wenn wir uns hier oben das KGV anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich in einem relativ moderaten Bereich von 5 bis maximal hier ungefähr 12 pendelt. 12 schon ziemlich teuer für ein zyklisches Rohstoffunternehmen, 5 hingegen ist ja moderat günstig bewertet, würde ich jetzt mal so dazu sagen. Hier links seht ihr die verschiedenen Umsatzverteilungen, die Quellen der Umsätze. Hier natürlich einmal der ganz große Bereich, gefolgt von Aluminium, wir haben noch Kupfer dabei, andere, ja prinzipiell Eisen, hier der Hauptstimmer. Hier sehen wir auch so ein bisschen, wobei die Umsätze kommen, natürlich auch aus dem asiatischen Bereich. Das heißt, hier ist man schon sehr, sehr international tätig und fokussiert sich auch irgendwo auf die Regionen, wo die ganzen Materialien vorkommen und wo die liegen. Und jetzt hat man gesagt, die Dividenden sind noch spannend. Ja, schauen wir uns das Ganze doch hier mal an. Im Jahr 2021 gab es eine Dividendenrendite von 11,8 Prozent. Ja, die Dividende wurde leider erst vor kurzem gesenkt. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir bei der Stabilität von dem Unternehmen, von dem Cashflow hier erstmal negativ ankreiden würden. Dafür liegt jetzt aber aktuell der Payout vom Free Cashflow bei knapp unter 90 Prozent, was wiederum sehr, sehr ordentlich ist. Die Aktie hier schüttet halbjährlich aus. Wir bekommen die Dividenden ja ungefähr hier 2021 waren es noch 7,90 Euro, dann 2022 4,91 und ja, wir erwarten jetzt hier eigentlich zweimal in 2023 beziehungsweise eigentlich haben wir sie schon bekommen 1,85 und 1,38 britische Pfund. Und hier sehen wir auch schon die Umrechnung 2,25, 1,76. Das heißt, hier sind wir ganz grob auf einem Niveau zwischen 2019, 2020, was aber trotzdem eine sehr, sehr gute Dividendenrendite absolut ist. Und auch hier sind die Steigerungsraten in den letzten Jahren davor so zwischen 8 bis 11 Prozent sehr, sehr gut gewesen. Ja, die Umsatzverteilung und Co. sehen in Ordnung aus. Natürlich zügiges Geschäft, hier darf man das Ganze nicht zu eng sehen. Man muss aber trotzdem schauen, erste Halbjahreshälfte Bruttogewinn minus 31 Prozent ist nicht schön, vor allen Dingen, wenn 2022, 2021 beziehungsweise erstes und zweites Halbjahr auch schon rückläufig waren. Natürlich erste Halbjahr 2021 mit 154 Prozent. Das heißt, hier unterm Strich bewegt man sich irgendwo wieder in einer Range, die natürlich volatil ist, was uns wieder zu dem Beta-Faktor bringt. Auch Nettoeinkommen, ja, das Unternehmen verdient immer noch gar nicht so wenig Geld, hat natürlich auch viele Kosten. Aber ähnlich wie bei den anderen Aktien sieht das zumindest für die Klasse, in der Rio Tinto unterwegs ist, nicht so schlecht aus. Kursumsatzverhältnis ist hingegen ziemlich günstig mit unter 2, beziehungsweise knapp über 2 erwartet. Kurs-Cashflow-Verhältnis steigt. Das ist natürlich auch schon mal, ja, in Ordnung, wenn man da jetzt noch neu einsteigen will. Und der Unternehmenswert selbst, der wächst, beziehungsweise hier im ersten Halbjahr war er natürlich aufgrund der hohen Einnahmen etwas höher. Auch die höhere Bewertung, wir hatten es eigentlich im Chart gesehen. Schauen wir uns gleich nochmal kurz an. Aber hier erstmal so weit, so gut. Die technische Analyse, für die dies interessiert, blenden wir euch einmal kurz ein. Wir springen das ganze Thema, denn wir finden in dem Fall die fundamentalen Analysen der Analysten deutlich spannender. Und hier sind alle auf Kaufkurs. Was sind die Hintergründe hiervon? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die aktuellen Zinsen, die wir haben, die führen uns wahrscheinlich in eine Rezession. Und manche Länder waren schon in einer Rezession. Wie geht das Ganze weiter? Es wurde hier ziemlich viel Negatives eingepreist, denn eine Rezession, wirklich lange anhaltende, ja, Wachstumsflauten sind für Rohstoffunternehmen und Co. nicht wirklich gut. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir sind momentan mitten in der Energiewende. Das heißt, wir versuchen momentan erneuerbare Energien zu pushen. Wir versuchen entsprechend ökologischer zu bauen. Und für all diese Themen werden die Rohstoffe einfach benötigt. Und das Ganze geht noch weiter. Auch der KI-Trend kann man hier irgendwo mit reinspielen. Denn auch für KI, für Mikrochips und Co., für Roboter, für Flugtaxis, was es nicht alles geben kann, werden Materialien benötigt. Und es gibt hier einfach nicht so viele, ja, nennenswerte Unternehmen. Es sind natürlich auch noch BHP. Aber Rio Tinto ist hier definitiv weit vorne mit dabei. Und dementsprechend ist die Bewertung von aktuell 70 Euro pro Aktie, beziehungsweise 70 US-Dollar pro Aktie, das müssen wir gleich mal noch umstellen, ja, schon relativ günstig. Natürlich kein Selbstläufer. Das sind Zykliker eigentlich nie. Aber die Zykliker sind auch etwas für die Mutigen, denn, ja, wenn die Kurse weiter unten sind, BASF und Co., da kommen wir auch nochmal dazu in den nächsten Videos, kann sich das Ganze einfach langfristig exorbitant lohnen für ein relativ solides Geschäftsmodell. Und jetzt springen wir einmal zum Chart und zeigen euch hier mal noch die Euro-Kurse und zeigen euch hier so mal das ein oder andere, was noch spannend sein könnte. Also der Euro-Kurs von Rio Tinto aktuell, ja, bei 63 Euro und gerade. Und, ja, wirkliche Zonen kann man hier in dem Bereich, wo wir momentan sind, noch erkennen, aber die sind nicht mehr so eindeutig. Das heißt, rein charttechnisch, fundamental, würde man sagen, Rio Tinto kann man eine Position definitiv aufbauen. Mindestens 50 Prozent, wenn er nicht investiert ist von der Positionsgröße, die er euch als Ziel gesetzt haben kann, ist jetzt in Ordnung. Ist natürlich wieder, ja, mit Volatilität verknüpft. Wie gesagt, der Beta-Faktor, ihr habt ihn noch im Hinterkopf. Spätestens hier so bei 52 Euro, würde man sagen, haben wir doch einen Punkt gefunden, der erst mal halten sollte. Ja, also unter 55 würden wir erst mal abwarten wieder, wo sich die Aktie hinbewegt. Aber wenn wir dann nachhaltig von 52 abprallen würden, dann kann man auch die volle Position einmal eingehen. Jetzt aktuell auf dem Niveau, wo wir gerade sind, ist das Ganze, ja, relativ moderat bewertet rein charttechnisch. Ja, man kann einsteigen. Hier gibt es für uns jetzt erstmal natürlich die nächsten Hürden, die wir hier sehen. Das sind die 63, das sind hier die 65 und dann auch mittel- bis langfristig hier in dem Bereich die ersten Tiefstellen, die wir mal rausholen könnten. So 64, 65 ist tatsächlich ein Wert. Da sollten wir uns mal eine Zeit lang drüber bewegen. Aber macht euch nichts vor. Wenn man sich den Chart hier anschaut, dann sehen wir eigentlich schon, dass wir eine Aktie haben, die öfter mal ein paar Prozent nach oben und ein paar Prozent nach unten abhaut, ist für diesen Wert eigentlich normal. Ja, springen wir mal auf GetQuinn. Wir sehen es schon, im rollierenden Monat haben wir 82.000 Euro dazu gepackt. In der letzten Woche waren es allein schon guter 50.000 Euro. Das heißt, auch wir merken so langsam, dass die Jahresend-Realy schon in vollem Gange ist. Unsere Meinung nach fängt die nicht erst an. Sie läuft schon, denn ja, die Kurse, die wir hier haben, sind immer besser, zumindest für die Zeit, in der wir aktuell leben. Und hier ist die Rio Tinto PLC. Wir hatten es erwähnt, die Listung in Großbritannien. Die Aktie bei uns im Portfolio ist leicht im Plus mit einem Kursgewinn von knapp 8.000 Euro. Das ist mal das eine. Aber auch erhaltene Dividenden in Höhe von über 6.000 Euro. Das ist das andere. Das heißt, eine Gesamtrendite von ungefähr 14 Prozent, ungefähr 14.000 Euro. Und ja, Dividendenrendite, wir hatten es hier mit 6 Prozent angegeben. Also wir sagen mal um die 6 Prozent. Da wir ein bisschen günstiger eingestiegen sind, liegt die persönliche Dividendenrendite hier etwas höher. So viel mal zum Bergbau. Wir wollen ja nicht, dass das Video zu lange geht. Das Ganze war jetzt auch etwas schneller als vielleicht gewohnt. Aber prinzipiell gibt es hier nicht so viel zu sagen. Ihr müsst euch einfach nur bewusst sein. Wollt ihr in Rohstoffwerte investieren? Ja oder nein? Wenn ja, dann könnte Rio Tinto wirklich spannend sein. Und auch für euch im Depot eine gute Beim-Mischung darstellen. Sag mal gerne, wie du das findest. Wie gesagt, packt es einfach mit in die Kommentare. Und wenn wir unser Ziel erreichen bis zum Jahresende, dann ist jeder Kommentar auch ein Los. Deswegen wie immer fleißig kommentieren, fleißig den Daumen nach oben drücken und fleißig im nächsten Video wieder mit dabei sein.